Grüß Gott, lieber Coaches, Trainer und Berater. Ich bin diese Woche in Wien und ich bereite mich gerade vor auf den nächsten Helden Donnerstag. Helden Donnerstag ist meine Online-Webinar-Reihe zum Thema Coaching und Training im digitalen Zeitalter. Wir reden über Online-Marketing und Social-Media-Strategien für Einzelunternehmer. Und es geht dabei darum, dass Sie wissen, wo Ihre Zielgruppen online sind und wie Sie sie finden können und wie Sie in Kontakt mit diesen kommen. Und auch, wie Sie sich als Experte positionieren können, online, im Web. Und darüber werden Sie viel lernen. Zusätzlich zu diesen strategischen Ansätzen werden Sie auch handfestes Werkzeug für Ihre Toolbox bekommen. Denn Sie werden auch lernen, wie Sie Coaching und Beratung via Skype durchführen können. Sie werden lernen, wie Sie Trainings und Seminare online zum Beispiel mit GoToWebinar durchführen können, mit anderen Tools. Ich bin Ihr virtueller Coach, Shelley Stevens-Versick. Und ich führe mein Geschäft fast ausschließlich online. Seit einer ganzen Weile. Und ich tue das, weil ich die Freiheit liebe. Die Freiheit hier in Wien zu sein, mit meinem Mann frühmorgens walken zu gehen und nachmittags, während er im Seminar ist, mit Freunden mich zu treffen. Danach Coachings durchzuführen, online zum Beispiel in Großbritannien mit Klienten. Und dann später ein Webinar durchzuführen mit einem Coach aus Schweden. Das finde ich einfach ganz toll. Und vielleicht werden Sie diese neuen Möglichkeiten für Freiheit und neue Business-Modelle auch interessieren. Und wenn das so ist, dann melden Sie sich hier an, hier schon auf dieser Seite. Folgen Sie mir in die digitalen Zukunft und kommen Sie zu Helden Donnerstag. Ich würde mich sehr freuen, Sie dort begrüßen zu dürfen mit den anderen Hero Coaches. Also bis dahin. Tschüss. Tschüss.